Oder und vor, wie lang bin ich eigentlich außer Gefecht? Hier muss ich Sie beruhigen. Der Eingriff wird einfach auch ein bisschen dafür sorgen, dass Sie ein bisschen einen Bluterguss haben und eine leichte Schwellung. Die Schwellung geht immer ab dem vierten Tag zurück. Die ersten drei Tage nach dem Eingriff sind einfach dafür da, dass man sich an die neue Situation gewöhnt. Und wir empfehlen den Patienten prinzipiell, sich eine Woche beruflich zurückzunehmen.